ich spiele heute meine selbstgebauten jump world jump and runs aus dem jahr 2017 also vor sechs jahren wenn ihr noch mehr davon sehen wollt lasst gerne abo und ein like da viel spaß okay dann fangen wir an mit drop das habe ich scheinbar 2017 im april oder so veröffentlicht was ist denn hinter mir da steht da denn alles ach das ist das ende kann man das nicht einfach ist doof hey 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 meine fresse das war wirklich kacke teilen was habe ich mir dabei gedacht okay 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 das dauert auch immer ewig bis sie da ist es war wo ich draufstehe ich bin zu langsam ich habe nicht aufgepasst hey kann ich nicht einfach da aus dahin hüpfen und da oben habe ich das wort getestet okay 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 hier ist ein checkpoint das heißt ich kann es einfach mal probieren ich bin ich witzig oder das ist ein slime block und hier was bin ich unwitzig dicker schlecht ja man ja oh mein gott hoch hue 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 puhl sei geil denke okay 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 bin ich krass da muss meine portale habe ich nicht geschafft das ist ganz genau das hier gleich so ein richtig gottloser ich glaube sprünge um die ecke kommen alter ich eigentlich scheiße ich gehe ich also das ist für scheiß jams junge ich raste aus okay 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 also ich bin mir da um Ach, Digga. Mano. Vielleicht knacke ich meinen Rekord von damals. Aber wobei damals war ich auch eigentlich besser. Ach, scheiß mal. Damals war ich, glaube ich, echt besser. Oh mein Gott. Okay, okay. Das sind wie viel? Zwei. Und danach, was kommt denn danach für eine Scheiße? Junge. Das ist ja nicht feierlich. Oh mein Gott, das auch nicht. Da werde ich jetzt echt noch ewig dranhängen, glaube ich. Vor allem, der ist ja auch machbar, dieser Scheißsprung. Das hätte ich den Scheiß ja nicht veröffentlichen können. Holy shit. Ah. Vielleicht muss man da den Schwung mitnehmen. Oh mein Gott, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Okay. 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 Vielleicht klappt das. Hilfe. Also was ist das für ein scheiß Jump? Digga, und dass davor auch kein Checkpoint ist, weil der hier hinten ist? Okay, okay. Vielleicht muss ich auch einfach. Ah, scheiße. Also irgendwie hüpfe ich nicht weit genug. Holy shit. Vielleicht müssen wir das doch wirklich mit Schwung machen. Und das Schlimme ist, wenn ich den Sprung irgendwann schaffe, dann kommt ja immer noch diese Einser-Sprünge. Ah, oh, ah. Nein. Ah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, nein, das ist ein Vierer Sprung, oh mein Gott, das ist kein Vierer, okay, danke, Creeper, holy shit, Aha, Bonk, Bonk, okay, 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 viel schlecht, Maaah, man, höh, Spaß, Digga, Hauptsache nochmal, hä, was, mein Gott, wieso habe ich denn da nochmal so einen Scheißsprung lang gemacht, ey, 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 Junge, okay, okay, meine Fresse, das ist unfassbar, Ja, stimmt, man soll wahrscheinlich hier oben drauf landen, scheiß doch, die Wand an, Oh, okay, da, das habe ich doch schon am Anfang gesehen hier, grün, blau, rot, Welle, Weg, das führt doch alles zum selben, hier, grün, wie immer, Spaß beiseite, du gewinnst, Höh, da hat der Anti-Cheap-Pin mit mir, hinter mir, Vielen Dank für das Spiel, meine zweite Map, ich habe die Map alleine gebaut, egal, ich würde mich über eine gute Bewertung freuen, Falls du meine erste Map sehen willst, findest du sie unter dem Namen Withered, bye bye, Dann würde ich sagen, springen wir auch in die erste Map rein, Yeah, okay, Willkommen auf meiner Map, Du musst alles in einem Run schaffen, du kommst ganz knapp ins Ziel, viel Spaß und viel Glück, Kann mich da noch dran erinnern, okay, let's go, Okay, mittlerweile kann man hier hochlaufen, äh, es ging davon nicht, Ah, auch, nö, Okay, first try geschafft, man muss dazu aber auch sagen, Ich konnte hier aus irgendwelchen Gründen hochklettern, Früher musste man hier lang klettern, man kam wirklich nur knapp ins Ziel, also, Warum zum Fick habe ich das jetzt first try geschafft? Ich find's geil, ich fand's geil, diese Vorlagen, die es damals noch gab, Naja, ähm, Ich glaube, mehr Maps habe ich auch nicht veröffentlicht, Aber, Ich habe mit anderen Leuten Maps gemacht, Unter anderem, Mit Junosch, Wenn ihr also Bock habt, Lass uns mit Junosch noch ein paar Maps klären oder so, Dann könnte ich den mal anschreiben, Und wir könnten mit Junosch was tun, Eigentlich wollte ich noch eine dritte Map spielen, Aber die war aufgrund irgendwelchen Fehlern und Bugs irgendwie nicht mehr machbar, Deswegen würde ich einfach sagen, Vielen Dank fürs Einschalten, Wir sehen uns beim nächsten Video, Oder im Stream, Mal schauen, ob es demnächst wieder Streams geben wird, Vielleicht auch wieder Minecraft, I don't know, Wir werden sehen, Und, ja, Tschau, tschau, WTF, Alter?